Warum? Dieses Video enthält C.O. Info! Heyo Leute, ich habe leider keine Zeit fürs Intro. Weil der Kampf, äh, oder Kampf, keine Ahnung, wie sagt man das so? Wer die Runde jetzt irgendwie schon gestartet hat. Warum auch immer. Ja, und damit herzlich willkommen zu Slither.io 3. Ja, und so weiter und so fort. Und diesen kleinen Typen will ich killen. Ich bin ja schon so groß, dass ich die jetzt schon einkreisen kann. Ja, nein! Komm, Digga. So, komm. Der kleine Boy. Was? Oh, fuck ey. Warum hat die Steuerung nicht reagiert? Ja. Ganz toll. Jetzt. So, wie das. So gefällt mir das. Genau so. Ja, ey. Ich bin nicht von Video zu Video besser. In dem Game. Nicht so wirklich. Ja, eigentlich bin ich nicht so gut in dem Game. Ja, dann machen wir noch mehr Runden. Zack. Zack. Ich pack den killen. Ja, ey. So. Und die mag ich auch geh'n. Vielleicht was aber irgendwie nicht geht. Oh, nääääää. Ja, ich werde auch ständig gekillt, ich bin nicht total schlecht in diesem Spiel. Warum auch immer. Ja. Ja. Komm mal ne. Man macht echt immer sowas, oder? Von Werbung oder sowas. Nee, das geht, weil ich kein WLAN habe. So. Okay. Ja, komm ein, kriege ich noch. Oh, nice. Komm. Was ist das für einer? Was ich finde, das ist für einer. Ja, natürlich bin ich jetzt wieder gestorben. Mal wieder. Und ja. Ciao. Meine Damen und Herren. Nee, wir machen noch mal eine. Äh, das soll jetzt auch nicht zu kurz werden, aber auch nicht zu lange am besten. Ja. Direkt, danke. Okay. Oh. Das hätte gar nicht so gesund sein können. Ja. Oh man. Okay, jetzt aber. Ciao, Leute. Das war's dann mit Slither.io 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.